Hallo Freunde von TravelCycle. Heute wollen wir mal das erste Mal die Drohne fliegen lassen. Wir haben uns hier eine entsprechende Wiese gesucht und hoffen, dass es funktioniert. Also ich habe damit noch nicht gearbeitet. Ich habe zwar viel gelesen, aber ich bin selbst gespannt. Bis gleich. Ich muss erstmal Start- und Landeplatz organisieren, weil die Wiese ist doch etwas tief. Aber gucken wir mal. So, das sieht schon mal gut aus. Mal wieder die Scherbe aufsetzen. So, App gestartet. Jetzt müssen wir die Antennen ausrichten. Einmal kurz, einmal lang. So, jetzt connectet er. Dauert jetzt einen kleinen Moment, bis er sagt, ready to fly. Also als erstes muss er die Satelliten finden. So, also ich habe ihn schon mal angekriegt. Wollen wir nur hoffen, dass er hoch geht. Oh, er sieht mich sogar. Hallo. Link jetzt mal rein. Ich muss jetzt auch mal eine kleine Aufnahme starten. Achtung. Funktioniert. Sehr gut. So, jetzt nimmt er nochmal auf. Oder er nimmt nicht auf. Das weiß ich jetzt nicht. Aber er steht ja wie eine Eins. Aber er steht ja wie eine Eins. Das weiß ich jetzt. Ja, das muss ich jetzt riechen. Dann wollen wir ihn runter kriegen jetzt. Oh, Vorsicht, Vorsicht. funktioniert ich muss sagen ich bin begeistert konnte zwar nicht direkt landen aber für das erste mal war das schon nicht schlecht ja leute in zukunft werden noch fotos kommen paar einige videos müssen wir sehen von unseren wohnmobiltouren da ist natürlich der kleine vogel immer dabei wir sehen uns